Hi Leute, wir fahren heute nach Süsel und ich dachte ich nehme euch da einfach mal mit und drehe euch mein erstes Follow-me-Around. Wir haben jetzt 1 Uhr. Ich fahre jetzt in den Stall und hänge den Hänger an und räume den ganz in Ruhe ein und hole Eika dann gegen halb zwei von der Koppel, so dass wir um kurz vor zwei loskommen. Wir haben den Park von drei bis fünf vom Verein aus gemietet und ja, wir haben 30 Grad. Zwar super Wetter zum Reiten, ein bisschen warm. Öfters mal Pause machen, aber ich denke, dass wir trotzdem ganz gut. Bis später. . . . . F. . Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020